Die Arbeiterwohlfahrt ist ein dezentral organisierter deutscher Wohlfahrtsverband, der auf persönliche Mitgliedschaften in seinen Ortsvereinen aufbaut. Sie ist einer der sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und mit rund 145.000 hauptamtlichen Mitarbeitern einer der großen Arbeitgeber in Deutschland. Ihre Hauptaufgabe ist es, sozial schlechter gestellte Menschen zu unterstützen. Heutzutage betreut sie hauptsächlich Menschen mit Behinderung und Senioren, betreibt aber beispielsweise auch Kindergärten, offene Ganztagsschulen, psychiatrische und forensische Kliniken, Einrichtungen für Ferien, Freizeit und Beratungsstellen für Migranten, Asylbewerber und Menschen in Notlagen. Sie bekennt sich zu den Werten des freiheitlich-demokratischen Sozialismus. Geschichte Am 13. Dezember 1919 gründete Marie Juchatsch, die Mitglied der Nationalversammlung war, die AWO als Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt in der SPD. Neben ihr waren U.A. Elfriede Rühneck, Lore Agnes, Walter Friedländer, Luise Schröder und Hedwig Wachenheim Gründungsmitglieder. Reichspräsident Friedrich Ebert beschrieb sie mit dem Motto Arbeiterwohlfahrt ist die Selbsthilfe der Arbeiterschaft. Zunächst versuchte sie, vor allem die Not der durch den Ersten Weltkrieg geschädigten zu lindern, indem sie Nähstuben, mittagstische Werkstätten zur Selbsthilfe und Beratungsstellen einrichtete. Später entwickelte sie sich zu einer Hilfsorganisation für alle sozial bedürftigen Menschen. Nach der Machtergreifung Adolf Hitlers wurde nach einem erfolglosen Versuch, die AWO gleichzuschalten, die Arbeiterwohlfahrt aufgelöst und verboten. Einige Mitglieder arbeiteten illegal weiter, wie Johanna Kirchner, die mithalf bedrohte Personen aus der Arbeiterbewegung ins Exil zu schleusen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die AWO 1946 in Hannover als parteipolitisch und konfessionell unabhängige Hilfsorganisation neu gegründet. In der sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR wurde sie nicht zugelassen. Eine Ausnahme bildete hier Ostberlin, wo die AWO bis zum Mauerbau im August 1961 als gesamtstädtischer Landesverband arbeitete. Noch zu DDR-Zeiten konnte die Arbeiterwohlfahrt am 18. Februar 1997 57 Jahre nach ihrem Verbot in Sonneberg auf Initiative des Bayerischen Landtagsabgeordneten Walter Knauer und des Sozialmanagers Edmund Fröhlich wieder gegründet werden. Seit der Wiedervereinigung ist die Arbeiterwohlfahrt im gesamten Bundesgebiet tätig. Der Sitz des Bundesverbandes befindet sich in Berlin. Sie ist Trägerin des DZI Spendensiegels. Die Arbeiterwohlfahrt sieht sich selbst den Grundwerten Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit verpflichtet und arbeitet im ehrenamtlichen wie im hauptamtlichen Bereich nach den Leitsätzen und dem Leitbild der AWO. Das zumindest bei einigen Neueinstellungen auch für Mitarbeiter verbindlich ist. Organisation der AWO Die AWO gliedert sich bundesweit in 30 Bezirks- und Landesverbände, 480 Kreisverbände und 3.800 Ortsvereine. Die AWO wird bundesweit getragen von 382.000 Mitgliedern, 70.000 ehrenamtlichen Mitarbeitenden und 173.000 hauptamtlichen Mitarbeitern. Die AWO unterhält in allen Bundesländern über 14.000 Einrichtungen und Dienste, Dienstleistungen, darunter Heime, Inkel, Wohngemeinschaften, Tagesstätten etwa für Kinder und Jugendliche und für alte Menschen, dabei etwa 2.300 Kindertagesstätten deutschlandweit, Auskunfts- und Beratungsstellen, b. für Ausländer, Arbeitslose, Familien, Schwangere, Alte, Behinderte, Jugendliche, ambulante Dienste insgesamt, darunter sozialpflegerische Dienste, Beratungsstellen unterschiedlichster Art, ein Schell, Geschäftsstellen, Tages- und Werkstätten für Arbeitslose, Werkstätten aller Art. Die AWO ist Trägerin von über 2.000 Heimen, darunter Altenheime, Altenpflegeheime, Altenwohnheime, Tagespflegeheime, Heime, Wohngemeinschaften für Behinderte, psychisch Kranke, Wohnheime für Aussiedler und Ausländer, Heime, Wohngemeinschaften für Kinder und Jugendliche, aus Fort- und Weiterbildungsstätten, Einrichtungen der Gesundheitshilfe wie Z. B. Erholungs- und Kurheime, Frauenhäuser. Im Rahmen der AWO sind zudem über 3.500 Selbsthilfehelfer und andere Gruppen bürgerschaftlichen Engagements tätig, darunter in Altenclubs, Seniorengruppen, in der Jugendhilfe, Jugendarbeit für chronisch Kranke und Behinderte, gesundheitliche Selbsthilfe und Kontaktgruppen, Freiwilligenagenturen, Büros, Helfergruppen für Menschen in besonderen Notlagen, In der Familienhilfe, über 800 selbstständige Einrichtungen, Initiativen und Organisationen haben sich der AWO auf allen Ebenen als kooperative Mitglieder angeschlossen. Partner der AWO Das Bundesjugendwerk der AWO ist der eigenständige Kinder- und Jugendverband der AWO. Es wurde 1978 gegründet. Das Bundesjugendwerk der AWO arbeitet als Dach der Landes- und Bezirksjugendwerke eng mit seinen Gliederungen zusammen und veranstaltet für die haupt- und ehrenamtlich engagierten Arbeitstagungen, Seminare und Treffen. Das Bundesjugendwerk mischt sich als Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche in politische Diskussionen ein. Die AWO ist Gründungsmitglied der Aktion Mensch. Kooperative Mitglieder der AWO Vereinigungen mit sozialen Aufgaben können sich der Arbeiterwohlfahrt als kooperatives Mitglied anschließen. Die AWO kann die Basis ihrer eigenen Arbeit so verbreitern. Neue Aufgaben aufgreifen und gewinnt Verbündete zur Durchsetzung ihrer sozial- und fachpolitischen Ziele. AWO International Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Naturfreunde Deutschlands Sozialverband Deutschland Die Vorsitzenden der AWO 1919 bis 1933 Marie Jochatsch 1948 bis 1949 Robert Görlinger 1949 bis 1965 Heinrich Alberts 1965 bis 1971 Lotte Lemke Lotte Lemke Ehrenvorsitzende bis zu ihrem Tod 1988 1971 bis 1983 Kurt Patsch Ehrenvorsitzender bis zu seinem Tod 1996 1983 bis 1991 Hermann Buschford 1989 bis 1991 Otto Fichtner 1991 bis 2004 Manfred Dragati 2004 bis 2008 Wilhelm Schmidt Die Bundeskonferenz 2008 beschließt die Einführung eines Präsidiumsmodells und damit eine Umstrukturierung des Bundesverbandes. Seit November 2008 hat die AWO so einen hauptamtlichen Vorstand und ein ehrenamtliches Präsidium. 2008 bis 2009 Rainer Brückers Seit 2010 Wolfgang Stadler Vorsitzender des Vorstands Ehrenamtliche Präsidenten der AWO Seit 2008 Wilhelm Schmidt Auszeichnungen der AWO Die Marie Jochatsch Plakette ist eine Ehrenauszeichnung, die von der Arbeiterwohlfahrt verliehen wird. Sie ist die höchste Auszeichnung dieses Verbandes. Namensgeberin ist die Gründerin der Arbeiterwohlfahrt Marie Jochatsch. Die Auszeichnung wird an Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt verliehen, die besonderes Engagement für den Verein gezeigt haben und politisch für die Belange der AWO einstanden. Mit dem Lotte-Lemke-Preis werden Institutionen, Organisationen, Vereine, Verbände, deren Vertreter, aber auch Einzelpersonen ausgezeichnet, die mit ihrem Handeln den einzelnen Leitsätzen und Aussagen des Leitbildes der AWO entsprechen, die nachhaltig soziale Projekte, Initiativen, national wie internationale wohlfahrtspflegerische Aufgaben der AWO entwickelt haben, gestalten, unterstützen und fördern. Benannt ist der Preis nach der langjährigen Vorsitzende der AWO Lotte-Lemke. Mit der Verleihung des Heinrich-Alberts-Friedenspreises zeichnet der Bundesverband der AWO seit 1999 eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens für ihr Engagement für den sozialen Frieden aus. Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung 2004 begrüßte der damalige AWO-Bundesvorsitzende Manfred Ragati die Einführung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung und kündigte an, dass die deutschen Wohlfahrtsverbände mindestens 30.000 AGH mehr für Langzeitarbeitslose einrichten würden. Viele von ihnen empfanden die Einführung dieser Arbeitsgelegenheiten als entwürdigend. Unsolidarisch und dem Gleichheitsprinzip widersprechend und protestierten. Sie nannten diese daher 1-Euro-Jobs. Die soziale Gruppierung die Überflüssigen besetzte damals symbolisch die AWO-Landeszentrale Berlin. Der Wohlfahrtsverband akzeptierte dies nicht und stellte Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs. Leiharbeit Der AWO-Bundesverband erklärte in einer Pressemitteilung vom 5. November 2010 Systematische Leiharbeit lehnen wir ab. Dazu erklärt der AWO-Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler Generell ist das Instrument der Leiharbeit kritisch zu betrachten und sensibel anzuwenden. Es ist als Instrument zur Schaffung von Beschäftigungschancen gedacht und dazu Auftragsspitzen in Unternehmen abzudecken. Das heißt auch, dass ein sehr zurückhaltender und verantwortungsvoller Einsatz intendiert war und ist. Eine systematische Anwendung von Leiharbeit lehnen wir von daher als Bundesverband ab. Die AWO im westlichen Westfalen beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter unter den Rahmenbedingungen des Mitfährt die geschlossenen Tarifvertrags AWO NRW. Die AWO im Bezirk westliches Westfalen bietet Arbeitnehmern zeitlich befristet nach einem Auslaufen der Vertragszeit an. Neue Verträge bei der Arbeiterwohlfahrtservicegesellschaft abzuschließen. Diese hauseigene Zeitarbeitsfirma leiht das Personal dann an die Muttergesellschaft AWO aus. Dadurch ist es möglich, den Leiharbeitern Tarifverträge mit schlechterer Bezahlung als den fest Angestellten anzubieten. Im Bezirk westliches Westfalen hat die AWO etwa 300 Mitarbeiter in die Leiharbeit ausgegliedert. Die Vorteile für die AWO sind zum einen der geringere Lohn- und Einsparungen bei der Mehrwertsteuer. Der Vorteil für die AWO bestehe nach eigener Aussage nicht in geringeren Lohnkosten, die Stunde Leiharbeit sei in der Regel sogar teurer als eine Stunde gemäß Tarifvertrag AWO NRW, sondern in einer größeren Flexibilität des Arbeitseinsatzes. Zum Beispiel bei Krankheits- oder Urlaubsvertretungen und bei Belegungsschwankungen. Dagegen gibt die Gewerkschaft fährt die jedoch U. A. zu bedenken, dass der Tarifvertrag gegenüber dem öffentlichen Dienst nachteilig sei. Für viele Beschäftigte ohnehin nicht gelte und vor allem gering Qualifizierte von der Ausgründung in Zeitarbeitsbeschäftigung betroffen seien. Siehe auch Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt AWO-Studie AWO-International Marie-Jochatsch-Plakette Kategorie AWO-Funktionär WDR have WDR WDR WDR